Sind sie vielleicht Christel P, oder bin ich das? Wer ist dieses miese Komischwein? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen. Ist ja wunderbar. Wen haben wir denn hier einen verkannten Komiker? Ich bewundere sie aufrichtig. Sie gefallen mir. Ihr Abo kommt auf meine Liste. Sie werde ich mir merken. Hier wird die lacht, hier wird geholzt. Garantiert, das prügel ich euch in die Kämpfereien.